wir haben sie nicht mal angekratzt sich nicht wirkungstreffer die sich jetzt nicht mehr wir haben sie böse erwischt hö böse erwischt aber nix abgezogen der ging voll durch ihre Panzerung gegenfahrzeug ausgeschaltet was sind die alle mit da unten oh na hätte er treffen können der ging nicht durch jetzt hab ich ja drauf und er ging nicht durch boah schade irgendwas ist da wirklich aus so fahr ich mir davon zurück dauert zwar so tü 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 wo will denn der hin zu einem 2% kann er gern zu mir kommen da steht der dort der wird da kommen oder ja da kommt er na komm fahr schneller fahr schneller dann ja ich bin zu langsam habe ich gerade nicht zu getroffen ne glaub ich nicht auf wen zumindest kv1s und su580b macht ihn jetzt su580b dabei ich bin aber an der weit weg gekommen vom start jetzt fahr ich wieder zurück zum start oh jetzt wo ich schießen konnte ähm so wo ist die letzte su580b wo kommt diese na die brauch ich gar nicht so jetzt wirst du langsam tü 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 so auf so 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 passende von dem Panzer hat irgendwie sowas haha aber ich habe leider nichts passendes ähm so 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 ja so 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 Mal gucken, ob ich jetzt eine bessere Runde spiele. Das war jetzt eine gute Runde für den Top 2. Mal dorthin. Schlecht mit denen. Mal schauen. Nicht viel vorne, doller. Boah, das fahr ich doller. Viel zu viel Doppelung. Hehehe. Hehehe. So. 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 Okay, ich kann schreien. Oh. Das ist eine Stufe. Sechs Ponsor hier auf der Seite. Komm her, Crumble. Hab was für dich. Was ist das? Hehehe. Das geschützteste. Der Panzer. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Na, nur die Lache als Geschwindigkeit. Feuererlaubnis erteilt! Wo sind sie hin? Was ist das denn? Ich kann doch zockern denn schießen. Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Na, ich zockern denn auch. Oder doch. Na komm, trau dich schon, Will. Puh, und weg ist er. Und noch, glaube ich. Daneben. Oh, 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 oh. Was mit denen? Kommandant, ausgefallen! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Funkgerät beschädigt! Reichweite eingeschränkt! Ähm... Ha, ist wieder ganz froh. Oder ne? Nein, IS-Spiel. Was? IS-8? Nur noch Waffenträger. Wann sind... 4? Boah! Na super! Stufe 9, 9. Oh! Jagdtiger! Oie! Oh! Jagdtiger! Oh ja, da! Ich hab gar nicht gesehen, ob das bei uns Jagdtiger ist. Oh, Leopard! Ich hab auch schon lange keinen mehr gesehen, eigentlich. Nein, ich spiele nicht mehr so. Und... ähm... Da lang. Warte. Ah! Der hat noch eine gute Frage. Haha, anyone! Haha! Ich glaub, das weiß keiner. Das wissen nicht. Dein, sonst ist es... Ok. Glaube ich nicht. Oh! Und der ist ja gewockelt. Ich schätze, der kommt früher der Päck. Oder auch Tät. Wie auch noch. Der Durium. Oh! Das ist nix für ein... ...weilzeug. Du, 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 du. Der hat da... ...polnische Flacke? Was ist das? Oh! Ah, fast! Der Fahrer ist geliefert! Die Steuerung reagiert nicht mehr! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Oh! Fahrer ist halt... Du, du, du. Oh! Yes, uh! Oh, eh! Oh! Oh! War mir noch ein Schuss! Oh! Und auch noch der Waffenträger! Koffer 2! Koffer 2! Oh! Das war knapp! Hehehehe! Hehehehe! Wo? Wir stecken fest! Das war die Artillerie bestimmt. Was? Das ist doch ein Panzer S5 gewesen? Wo denn? was ist das? Das ist doch ein Schuss! Ich bin hier noch zu viel! Oh! Ist das ein Schuss! Ich bin da auf mich! Das ist doch so schlecht! Oh! so das könnte ich jetzt mal spielen noch die so 100 John hoffentlich diesmal schade was hab ich gesagt nicht schade rund gescheite team